Go! Beziehungsweise die Gründung eines Vereins. Ich habe dann versucht die Leute zu unterstützen, habe die Veranstaltung organisiert und dadurch habe ich gesehen, dass die Sportart sehr gut ist und dass sie mich sehr interessiert und habe dann auch damit angefangen. Was mich am Armwrestling interessiert, ist natürlich der, sagen wir mal so, man sieht seine eigenen Grenzen, man kann feststellen, wie stark eine andere Person ist und ist sozusagen immer selber unter dem Drang und auch mit dem Interesse immer dabei, zu gewinnen natürlich, aber man sollte nicht einvergessen, dass Sport immer noch Spaß machen sollte. Spannung Ready 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 Go! Birgit, ich bin jetzt 23 und ich bin eigentlich durch meinen Mann an den Sport gekommen, war vor ca. dreieinhalb Jahren. An dem Sport gefällt mir am meisten, dass man international auch viel unterwegs ist und da auch was erleben kann, dass man halt auch von den anderen, die den Sport ausüben, unheimlich gut akzeptiert wird und halt auch, dass man gute Erfolge erzielen kann, die uns wirklich Spaß macht. Gerade, okay, ready, go! Mein Name ist Gabi, ich bin 21 Jahre alt, zu dem Sport gekommen bin ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren. Da bin ich mit auf ein Turnier gefahren von meinem Ex-Freund und habe mich spontan angemeldet und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Was mich an dem Sport fasziniert, ist einmal der Zusammenhalt von den Leuten, die drücken, die ganze Atmosphäre bei den Turnieren, dass man rumkommt und dass man seine eigenen Grenzen kennenlernt. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich mache jetzt auch mit, seit einem Jahr mit Armwrestling. Dazu gekommen bin ich, ich habe hier im Sportstudio Fitness trainiert, ein bisschen Kraftsport und bei uns wurden jede Woche zweimal Trainingskämpfe von den Männern im Armwrestling hier ausgetragen. Und naja, ich habe als Hammer zugeschaut, hat mir sehr gefallen, auch die Kraft, die Gemeinschaft, die unheimlich nette Leute, man kommt gut in Kontakt, die nehme ich auch auf, aber als Frau und haben da also keine negativen Einstellungen dir gegenüber. Na ja, und mein Freund ist auch Armwrestler und naja, sie haben halt gesagt, ich soll mal anfangen, mal mittrainieren, mal probieren. Und da habe ich auch mal mittrainiert mit meiner Freundin, es hat uns sehr gut gefallen. Und der Winnie hat uns dann beigebracht, wie man Armdrücken macht und wir waren schon auf zwei Meisterschaften. Ich bin auch für das, dass ich jetzt erst so ein Dreivierteljahr trainiere, eigentlich schon ganz gut reden. Es macht sehr Spaß, es sind alle sehr nett, die Gemeinschaft sehr gut und du wirst als Frau akzeptiert. Das finde ich toll. Wir müssen noch ein bisschen weiter ausbauen und naja, okay, mir gefällt es. Ich hoffe, wir gewinnen auch mehrere Frauen zu diesem Sport, weil er ist sehr schön. Okay, gerade, okay, ready, go! Ich bin 23 Jahre alt und bin seit ca. einem Jahr jetzt dabei beim Wrestling, habe angefangen mit Krafttraining. Und bei uns im Training ist halt auch dieser Verein Over the Top, das sind die Männer. Das haben wir dann ab und zu gesehen, haben zugeschaut und irgendwo hat uns dann auch interessiert. Haben uns aber irgendwo doch nicht getraut, gleich mitzumachen, bis wir dann alleine waren. Dann haben wir es dann immer mehr und immer mehr und wir haben uns dann von der Trainer, der Winnie, gezeigt hat, wie das halt so mit Technik weitergehen soll. Ja, und seitdem sind wir halt dabei. Und das Schöne an dem Kampf ist halt, was man als mit der Gegnerin die direkte Kraft auszutauschen kann. Man kann sehen, wie viel Kraft sie hat und das ist alles, glaube ich, das war. Ausfall, die ja, das muss ich ja heute ein bisschen auslösen, ja. Okay. Ready? Go! Go! Ready, 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 go! 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 Ja, vielen Dank.